Wird so ein Kieser betroffen? Ja, aber wirklich? Das ist Josef. Das ist schon ein Kieser betroffen, ja. Du, gehst du weiter? Du gehst da. Das ist du. Heißt du? Das ist der Kieser. Den Kieser? Den Kieser? Den Kieser? Den Kieser? Ja. Komm her! Der Balls? Der Balls? Der Balls? In der zweiten Spielminute Tor für unseren TSV Vödebach. Vorsitzende, der Spieler mit der Nummer 4. Lederer! Und wir haben einen neuen Spielstand. TSV Vödebach 1, TSV Hessenthal 0. Lederer! 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 Vielen Dank.